Moin Moin Leute und wir kommen zu einem neuen Rainbow Six Studio und heute mal wieder mit Shadow mit Phil Play und Blaking und endlich haben wir sind bekommen nach gefühlt zwei Stunden Nahrung des Spiels Digga Gruy war einfach mein WLAN komm jetzt scheiß gemacht genau Phil Play ich hoffe einfach dass es nicht nur ein WLAN das ist nicht so ein Löser ist aufgrund von der Hälfte in die Gäste die Mut wird wenn wir uns zufrieden in der Grund zu rasieren und zu gewinnen ja aber ich weiß nicht mehr ein Punkt von Bord der Eintritt und der andere ist natürlich nicht so nahe ist aber was aber machen er hat auch keine andere Runde aber da hat er die erste Zeit die Zeit und zwei Euro hat es ein bisschen zu schneiden das schneidungsverkrieg diese jahre aber vor allem was sehr wichtig ist ist dass die Gegner nicht so gut sind und das unternehmt schon etwas machen die Werte und schreckt da mal auf und ich fahre schon also wird es erst und ich frau ich was ich hier das ist so einiges da und das alles und ich hab hier ob sie sagt er ist mit der Schrift sie bis zur Kitschen sie habe ich gerade niemanden gesehen ich habe hinter dem Sofa habe ich weiß ich kann machen ich habe hier im Sofa es ist es ist Kaffee, was ist in Toilet die mitte ist in Toilet In Toilet In Toilet In Toilet Ist ihr kommt der Fee? Ja, das kommt der Fee Ja, das kommt der Fee Die werden nie mehr da Okay, wir haben nicht mehr da Okay, wir haben ihn nicht mehr da Okay, wir haben uns das Okay, wir haben uns das verkaufen ich habe ich werde ich mir becker ich schock hat mega ok ich hab noch mal gut das habt ihr nicht gesehen leute entschuldigt mich für dieses elben das ist mein schlechtes im west gewesen aber ich habe einfach zu krass unterschätzt also ich sehe ihn von hinten ich habe tausend gedanken dass ich ihn trollen kann aber dann wiederum tausend gedanken wie ich krass verkacken könnte und deswegen habe ich so krass erwidert vor allem weil ich wusste entweder nicht in den Wunden aber er bewegt sich halt und dann denke ich mir wieder neben dem ich wieder ein Törner und dann schießt sich einfach aber dann will ich doch wiederum in der Zeit und dann so gut komplett abgeschüttet und dann würde ich die gar nicht gehabt dass man um die Union auch schon mal das Einzelne das ist wichtig wir müssen die Tatschanker mit der Tatschkolle beschweren die das geht nicht ich schaue ich wir machen es einfach beim Verteidigen so haben ein Prozess in ein bisschen was machen und nicht ich weiß nicht dass er muss sie die Klinik und die Klinik und die Zauber die Kutsche wird sie geht es auch um ich bin irgendwie noch nicht und die die sind bei diesen in der Nähe kam mal jetzt aber zum Glück hat er den mann Kempfekonten bis zum Einflug gehen aber diesmal nicht jetzt das hoch so sehr schöne Kempfekonten was man ist schon kaputt nein bei diesem Mütchen nach unten Mönchengladen Linker von Dr. Ebi ich habe aber also wir können auch über Gerrisch pushen Leute, Gerrisch. Ja, gut, komm. Wir gehen hier, Gerrisch. Aber wartet, lass mich erstmal vortragen. Kann ja sein, bei dieser Elo. Also in dem Raum davor ist niemand. Weinen, Kenner, was auch immer ist. Du hast den Entschärfer fallen gleich, ja. Kitchen hab ich auch grad nur gesehen. Was bin ich hier? Nur ein Keuf, ich hab keinen Geil. Aber... Hier sind 100 brenn. Ein auf jeder Seite. Ja, ja. Ein das mega kloost. No. Oh mein Gott, da ist ein Hallverein. Das ist ein Museum Hallrecht. das musik müsste eigentlich im haus sein er erwartet wo du kann abgehen von ja das war eigentlich ja das war eigentlich ach komm da ich schaub komplett ich laufe muss ich ich weiß so ich probiere uns erst aufzüllen ja nehmt mal bleck wird machbar der bleck wird so muss ich wieder oben im waffen muss 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 sie hat nie nein also ich glaube nicht doch doch ok 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 ich habe da bin sie direkt ich habe die eine auch gesehen aber dass ich ein bisschen vortrag das ist relativ sie bist du denn es ist auch hier ist doch leuchtig hat lang also warte bei schilder hat er ist recht ziel kommt kommt ach komm erst ist ein tier da haben wir sie haben mit gegeben ich nicht möchte ich komme schon ein pech schon er doch hat 30 ap verloren heilt sich aber jetzt er schon vor oder ich weiß aber ja da hat die ganze abgabe ich werde ich sie dann eigentlich ich kann mir schlecht aus dem platz haben die tut kommt zu mir gleich ich will noch mal schlecht Ich bin stark verfügbar. Der Blackwood ist in der Frostman-Matte getreten. Das ist der Frostman. Zwei, drei, drei, drei. Ich kann gerade null sagen, wo das Ding ist. Frostman. Frostman. Masterbett. Okay, Masterbett ist Frostman. Okay, eigentlich könnte ich das jetzt von outside sein. Es ist ein guter Masterbett. Frostman. Und Doc ist da, ich denke. Doc ist, äh, Robert. Fabi. Doc ist Frostman. Okay, Doc ist dead now. Frostman. Ja, ich hab den so, äh... Also... Oh, mein Gott. Bei mir. Ja, Master... Frost ist in der... Ja, Masterbett. Frost ist in der Masterbett. Ich versuch zu defusen. Ja, probier. Das muss ich sein, die Füße. Boah, 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 boah. Ah, ist der Frost danger? Ich hab den so, wie sie das sind. Wir sind, Koldo. Ich kann euch nicht sagen, wenn ihr ihn macht. Nein, mir hat Masterbett zu. Ja, mir hat die Füße. Ja, das kommt, weil... Man hat das so verschützt. Die kommt von hinten, die auf. Oh mein Gott. Ich glaub da wozu? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaub da wozu? Oh mein Gott. dieser letzte Kolder war so wichtig ja ich habe auch gesagt ich hatte nur noch so wenig und das ist der Grund geile Folgen also bei mir läuft jetzt nicht so gut ja also ihr müsst wissen bei Schöne läuft es immer entweder übelst gut oder übelst schlecht der letzten Runden wohl noch nicht gesagt hat er zwölf Keyes mal oder so ja Kanal 11 sechs lepte lepte beispiele aber dann gibt es gleicher Runden wo es nicht ja hat er aber weißen was bei mir bei mir läuft es irgendwie wenn ich glaube ich habe ich habe durchschnittlich eigentlich mehr Kills nach höheren Liga aber krasse Runden habe ich gleich in der Low Liga aber so durchschnittlich mache ich mehr Kills ein heiliger also Gold das macht mir schon geschehen oh ich habe auch sehr viel Schachentrat genommen weil meine Dings halt immer zurückgesetzt werden ich habe etwas Stammes gemacht und euch erwartet auch ähm eigentlich sehr viel geiler Stuff in Zukunft wenn das Schneidbrang funktionieren wird oder wenn ich mir eins zulege und wenn mein Play sich wieder funktionieren würde dann kommt die Best auf und ja auf der Play sich habe ich so viel geiles Zeug ich habe die John gerade genaigt was auf der Gegner hat eine Bombe lokalisiert ihr enquert habt ich werde einer von euch dort verschenten dann hier wird der Klang gab es schon schneller ich habe dich schon unten reingefuscht oder was ja ja du brauchst du den Expo dumm ich bin Championships da ist noch einer unten beim Fenster okay ich gehe lieber in die Mond glaube ich direkt ich habe über puls gespielt der beste sein schon mal tot auch noch Kali aber bitte diese Kali er kommt hier warte ich habe einfach so geschaffen ich habe eine gute Runde und eine gute Folge, mal sehen ob wir Alpha Pack bekommen ich habe einen anderen ich habe einen anderen, ich habe einen anderen ich habe einen anderen ein Goldreier genau, ein Goldreier 1800 Minus und ein Alpha Pack ich bin dann wieder 1 vor Silber 2 und ja schade, aber damit sie sich auch das Video beendet bis zum bis zum nächsten Video